mit Idee Ich werde schon gar nicht dran machen Ich werde das ME-System hier raussetzen Und dann muss die Kabeln Allstock gut in Europa generieren etc. Ich werde eigentlich keine Idee Für Küchen Ich werde schon auf alle Etagen so kleine Termine lassen wo ich da kann eine Tasse rausziehen Eben dass das da wie ein Ding wäre Aber du musst gucken Entschuldigung, ich wollte schon mal Treppen machen Also wenig Ich weiß noch nicht Ok, dann haben wir heute Sticky-Mexig-Face Whimh Mo'. delle Unde der der ja, was tun wir noch eigentlich, ich bin schon auf dem Punkt, dass ich mich nicht mehr und ich bin schon aufgelaufen, wir können ganz hoch um runterzusetzen aber ich weiß nicht, dass ich nur noch mal in der Instanz das ist doch blöd ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr holen das ist wahnsinnig, wenn Leute denken wenn ich dann noch ein oder zwei Folgen habe, ich kann abholen, das tust du ja noch mal abholen und dann bist du das schon am Vierfeld und 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 allerdings, wenn du keine Zeit tust, sondern und du, und dann ist er in der Reihe ich habe nicht so, oh, ich habe schon alles abgeholt und dann wäre das so ich muss nicht mehr machen, das ist ähm, das schwach ich glaube, das ist ein bisschen schwach als das das ich weiß doch, dass ihr das könnt ja, das ist ok, da ok, da so ja, ähm ja, ähm ich muss schauen, ob es auch noch ein bisschen äh äh, da sieht man und wenn man ein paar Schubfleisch herunterlädt, dann vergesst man die Haut dann machen wir die Haut, damit das ein bisschen zu viel ist ich bin ja ähm was ist jetzt? 8 Wochen in einem Feierlauf respektiv ah dann hallo vorsehen das ist cool, das fand ich mega und ähm ja ok, das sind die richtigen das sind die richtigen, aber die Stille sind auch noch äh ja und ähm ich weiß nicht schon, den Ding zu erhalten sogar vielleicht ähm sogar noch ein bisschen höchst den Tonus zu setzen dass ich vielleicht irgendwann denke, ja ob drei na drei Meter ist vielleicht ein bisschen zu viel aber wir gucken alles, was wir dann abholen und absetzen können machen und machen und machen das hat ja auch schon mehr wie immer gesagt und das geht auch bei bei behalten und das soll auch so sehen und da früher äh klingeln fängt das kach und so so wird es wenig ja dann und so 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 und dann 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 ich weiß nicht so richtig, wie ich wollte ähm eben das umsetzen ich habe angefangen aber ja ich habe mir ein bisschen mal ein bisschen umgegangen, dass ich gesagt habe na gut das ist so wie geht das schon das ist immer so also das könnte immer so ran ja das ist ein duppel warte gucken wir mal hier du eigentlich krieg mal ein ähm 80-70 Minuten aber locker zu zoomen in den oder so bei da ich sehe mal noch so hop 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 man muss sowieso noch zum Boden auch noch ähm überall Teppich auflecken dann äh ja eventuell vielleicht auch noch ein Computer an äh dann äh vom Chef setzen oder eventuell vielleicht noch mal dann ja kostet noch ein bisschen Zeit damit was machen wir auch wie man Computer können hier stellen mit Fassaden relativ easy relativ jazzy relativ jazzy so ah ja ja was ich will sagen das ist nicht motiviert ich war auch schon ein bisschen motiviert aber nicht so ich habe schon gesagt das ist passiert wie ich hier soll umsetzen das ist so halb motiviert ich will es halt aufholen das ist aber schon 200 Jahre gesagt du willst es nicht machen dann du es nicht machen dann musst du es halt machen dann muss man es immer sagen muss ich gewöhnen das ist nicht besser ja jetzt hätt ich doch mal ein bisschen selber in der Druck wenn ich schon sich viel geschafft und viel gekämpft und da ist gut ein Fallout Shelter Bay und dann da soll alles hängigigst Minecraft haben aber das ne muss es nicht sein ich will ihn dann ganz auch noch das schieb ich mich nicht ab und leid respektive schneid schneid ich mein Spanchen Oha. Holt ähm. Hm. Holt nicht. Und dann äh, als ich ihn gerade gut motiviere, dann kann ich das noch machen. Na ja. Das soll ihn doch machen. Ich kann ihn motivieren, das soll ihn doch machen. Zwingt persönlich mehr nur. Ich kann ihn motivieren, das soll ihn doch machen. Ich kann ihn gerade gut am Flow, als auch so. So. Hallo. Puh. Ich weiß nur gut, wie Computer scheine geklagt und mehr. Oh, da war. Was war es, was aufwachungszentrale macht? Lauter Computer und Bildschirme und so. Und so, da sind wir wirklich die größe Bildschirm. Und dann sollen den alle gehen, etc. Määh. Hm. 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 you feuer up up okay Da kann ich noch ein bisschen mehr machen. Hier, da, da... und... Hier, da... und... hm? Wie soll ich vor sich schon so gut noch ein bisschen mehr zu machen? Ich habe eigentlich auch Habt ihr auch was gemacht? Das ist der Fakt. Ja, für die Leute Ihr habt vielleicht interessiert, wie soll ich hier aufholen? Ähm, gestern hat es geräumt. Es tut gut geräumt. Ähm, gut heisch. Es tut aufgekeilt. Das ist mein Kahl. Und ja, es kann nicht mal normal am Bett schlafen. Normal am Bett schlafen, das ist immer so. Ja, es kann nicht mal machen. Auch nicht da sehen, ähm, zerlebt. Oh, vergott. Auch nicht da sehen, zerlebt. Und das auch schon mal ein bisschen ganz, ganz gut ist, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Räumt war furchtbar nicht. Ich meine, da tun auch nur die... Die dümmsten Leute ansehen, alle räumt. Oh, nee. Ich meine, die dümmsten Leute sind auch nur angesehen. Von den Verschwängungen und so, nein, so mottkruz, das kann ja... Ja, und ja, das hat doch schon für mich so ein bisschen gefiesem. Aber das bisschen, du, das... Das kann richtig räumt, aber... Äh, das ist cool. Aber das wird es so ganz schön. du, du, du... Vielen Dank.